Sorry, but you can't beat me. I can tell already. Ha ha! Moment. Ich habe versucht, zu herausfinden, was du gesagt hast. Und dann habe ich herausgefunden, dass du ein großer Fibber. Und ich spiele nicht mit Liedern. Ich glaube, ich muss nur ein riesen Bild haben. Ich will immer dick auf die Fresse gehen hier. Kaioken! Und jetzt geht es immer auf die Fresse wie Kuh. Und wir lassen nicht mehr Karussell. Du spielst ein kleines Kind. Du spielst sehr gerne. Was auch immer das war. Der hat gesessen. In die Kniekenne. Und wir machen nochmal Karussell mit ihm. Oh, das riecht. Aua, das riecht. Und ein super Kamehameha. Kamehameha. Habt ihr gesehen, wie viel das abzieht? Oh ja. Zeit, um dich alle zu der nächsten Welt zu senden. Kamehameha. Ultra. Kampf. Oh. Sorry about that. There were so many holes in your defense. I couldn't help it. Oh. 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 Oh, so stupid. Ginyu glaubt ein. So, jetzt kommen die spannendsten Kämpfe hier. Na ja, was heißt spannendsten Kämpfe? Ginyu hat eine schöne Attacke. Die zeigt auch. Ich will jetzt nicht so viel von der Story vornehmen. Ginyu betritt die Bildfläche. Welche Kräfte er wohl besitzt? Ja. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt zeigt. Ich guck mal nach dem Kampf. Und sonst kann ich euch ja so darüber was erzählen. Und... Bum. Warten bis sie alle liegen. Und wir lassen sie doch ein bisschen rollen. Ich habe nie erwartet, dass ich dich verletzt habe. Meine reale Kraft! Okay. Zeit, um zu beginnen. Was? Ich verstehe. Er ist besser als ich dachte. Und wir spielen noch mal direkt mit Ginyu-Karussell. Oh, der hat nicht mehr in der Kugel. Penner. Gibt es da auch irgendwie Schlagkombis? Da müssen wir noch mal schauen. Kann ich auch eine Gaggy-Dama machen? Mega-Qasher. Hä? Achso. Ne, ich will mal gucken. Kann man... Rechts, äh, links, dann 1, 2, 3, 4, okay. Oh Gott. Au. Au. Aua. Aua. Wahre Power in der Klatschen, hier rennt man so ein Energieball in die Fresse. Aua, was ist denn das? Aua, hör auf. Das sind nicht mehr Energie-Gespamme hier. Warte mal, jetzt gib ihm noch mal endlich Böse hier. Oh, da haben wir gerade ziemlich viel Energie verloren. Kann ich auch. Wir haben gerade 10 Schaden gebracht. Na ja, ist das nicht legendär? Warte mal richtig laden lassen. Ah, hat ihm nicht alles abgezogen. Schade. Hat ja fast geklappt. Aua. Aua. Ja. 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 Es ist wirklich unglaublich. Warum bist du lachst? Du hast ein starkes Körper. Du bist viel stärker als sogar der Kapitän der Genuforce. Was? Und warum bist du lachst? Ja, Gini hat nämlich eine besondere Kraft und zwar kann er seinen Körper mit jemandem tauschen. Und da bietet sich ja Son Gohans starker Körper an. Schwuchtel. Son Gohan, besiege deinen Vater. Oh, was habe ich gemacht? Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Das war Fail. Ne, den aber wir machen. Son Gohan und Krillin. Ja, er ist jetzt ja nicht mehr... Son Gohans Körper ist ja nicht mehr... Oder in Son Gohans Körper ist er nicht mehr Son Gohans Vater. Oder so. You're not my dad. That's right. I'm the Captain. The Batman. I'm the Ginyu Force. Captain Ginyu. What? So, son gohans Körper, mach mal zu mir auf die Klappe. Es ist nämlich so. Das kriegen wir uns da zwar nicht. Äh, Schwierigkeitsgrad und so. Aber Das wird, glaube ich, nochmal gesagt Ich kann es aber jetzt auch schon mal sagen Ging nur an, der zwar den Computer von Nein, den Körper von Shangoku Das war Fell Aber, ja, doch, er hat den Körper von Shangoku All seine Kräfte und so weiter Ich bin viel stärker jetzt Aber denkt zwar, er ist jetzt stärker Er hat auch alle seine Kräfte und Fähigkeiten Allerdings kann er es nicht benutzen, weil Er diese Kraft nicht gewöhnt ist Und Das ist einfach zu vieles für ihn Das war ja mal gar nichts Du sollst mich nicht drehen Ich wollte dich packen So, mach's, Enco Oh, Freimeinbrüche Ja, und ich glaube, Anfang war es auch Es war auch noch so, dass Shangoku und Kilin dachten Hey Warum greift Shangoku ihr Naja, Kilins bester Freund und Shanguans Vater Sie jetzt an Bis sie dann immer begriffen haben Hey Das ist nicht unser Vater Freund, das ist Ginyu Ich finde diese Anfassung so dumm Oh, jetzt muss ich Button smashen, glaube ich Nee, noch nicht Das kann ich auch BAM Energieball in die Fresse Und Massenko Ich check diesen Angriff nicht Ich hasse den I bin ich Ich Ja!